Hör auf damit, über den Tod zu sprechen. Ich möchte es nicht hören. Klimaprotest. Nein, ich möchte es wirklich nicht hören machen. Hier liegt eine ungestürzte Eiche. Nein, ich möchte es nicht hören. Ich bin gerade ziemlich traurig, dass es nicht ist. Um an das Eichhörnchen zu denken. Klimaprotest. Worin finde ich mich in dieser Geschichte wieder?